Ja, Herzlich Willkommen. Nur durch Ihren Namen. Ja, Herzlich Willkommen. Okay, um Gegner anzugreifen und sich zu Schadenhalte gedrückt und lasst die Taste wieder los, um den Angriff zu verstärken. Okay, probieren wir es einfach. Okay. 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 Okay, dann gehen wir mal weiter. Okay. 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 Habe ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? Das ist eine gute Frage. Jagd ihn aus der Deckung! Lasst ihn keine Zentimeter! Okay, wir stellen noch die Flasche mit. Okay, das Ding ist zerstört. Okay, wir können weiter. So, ein Präzisionsgewehr, das wollen wir jetzt nicht. Nö, nö, alles okay. So, ab hier rein. Oh. Sie sind tot. Gut, Booker. Komm, verschwinden wir. Gehen wir in die Fabrik und holen uns das Luftschiff. Es ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Du hast eine Tür zu dieser Welt geöffnet und bist durchgegangen. Sicher, Booker? Habe ich uns in eine Welt gebracht, in der Chen Lin noch lebte? Oder habe ich sie erschaffen? Ich sagte dir ja. Ich habe das immer als eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Hier wurde der Wunsch wahr. Sieht aus, als hätte ich doch einen Freund in der Stadt. Slade. Er hält's mit dieser Vox Populi. Für alle, die diese Truppe nicht kennen, das ist ein kämpferisches Völkchen. Das Problem ist, ich muss denen erst bei ihrer Revolution helfen. Dann stürmen wir Comstockhaus. Und dann kriege ich das Mädchen. Okay. Ich gehe in Deckung. Sicher, sicher. Okay. Sie sagen wir doch so. Beschossen wir gleich. Ich bin. 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 Oh mein Gott. Das ist ein Freundlich-Fahrer, von. ok, ein bisschen gefängten ok, weiter Was? Patriot? Ja, ich weiß. Dankeschön. So, haben wir hier noch Okay Tod ist er Okay, weiter geht's Elisabeth? Schon dabei Philosophie über die braven Leute Die kriegen die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt Ja, ähm Wie komm ich denn da rum? Nein, der uns nicht liegt Wir sind ruhig, solange man uns gegen unsere systems Fuhd Guck Oh Gott! Oh Gott! Ach, nach oben! Ähm, okay, vielleicht muss ich noch fahren. Okay. Oh Gott, die Tache ist mir nicht klar. Mist! Ähm, ja, jetzt sehe ich hier gerade nicht. Okay, ich kann nur weiterspringen. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Ach! Ich hab Punition! Bitte sehr! Okay, danke! Okay! Okay, weiter! Ja! Ja! Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Ja! Ähm, 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 ähm. Blitz! Ja! Okay, das Ding ist weg. Ja! Gesundheit! Oh ja, Gesundheit! Sehr gut! Hm, ja, die Gäste dann nehmen wir auf jeden Fall mit. Ähm. Ähm. Oh, perfekt! Okay, und jetzt runter von dem Ding! Aber sowas war ein Fix! Nee! Sollen wir vorne runter? Okay. Okay. Los, Elisabeth! Suchen wir Daisy in der Fabrik! Okay. Naja, dann öffnen wir mal die Tür. Also bei mir ist es gerade ganz schön laut auf dem Ohr. Ich mach's einfach mal ein bisschen leiser. Huh. Oh! Oh, okay! Okay. Okay. Komm zurück! Okay, der ist auch tot. Ähm, ich glaube, stimmt doch, das Maschinengewehr hier. Nee, ist das Gewehr? Ja, das Maschinengewehr. Okay, wir haben auch so'n Pyroman hier. Okay, lass kurz das Zeug dir anschauen. Beim Landen von einer Skyline wird die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. 5 Sekunden lang. Wow, okay. Ich guck ja nur die Sachen. Ich hab einen Lockpick gefunden. Ein Lockpick? Oh. Was hat sie denn noch mitgefunden? Also muss hier irgendwo eins sein. Hm. Na gut. Nö, ist nix. Dann fahren wir. Auf jeden Fall. Oh, ich glaub, hier werden wir vielleicht wieder angerufen. Na, behalten wir mal beides so im Auge. Mal gucken. Oh. Wird ein neues Zeug hergestellt. Okay. Hier werden die Automaten hergestellt. Ach, das sind diese Generatorenteile. Also hier ist eine ganze Fabrik hier. Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Malin. Mr. Lin. Mein Gott, ich... Ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht... Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber... Das ist sowas von klar. Ähm. Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker, David, starb für die Fox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker, David, war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Oh. Ich bin hier tot. Zu den Waffen, Brüder. Fuck. Jetzt haben wir auch die als Gegner. Ach du Scheiße. Okay. Da sollen wir hin. Ähm. Papa guckt erst da lang. Ich bin hier. Gesundheit. Munition. Ganz kurz mal durchgehen, die Munition. Ein Moment. booster und da können wir auf jeden fall einiges machen ich weiß gar nicht was für das gewehr rückstoß machen magazin größe weniger rückstoß auf jeden fall das ist das scharf schützen wir das brauchen wir nicht revolver okay das war mir schon klar okay magazin größe das heißt oh ja zwölf können wir jetzt nehmen wunderschön was ist das für ein haken wechseln eine krake okay press to wash away your enemies hold to grab enemies and release to reel them in so das kann ich gegner anziehen also okay ein bisschen kohle so 25 lockpicks haben wir jetzt okay so eine menge was oh nein ich hoffe den kriegen wir sich als gegner diese löcher haben mir noch ein wunder offenbart obwohl ich erst noch sehen muss wozu es gut sein kann es handelt sich um eine kombination aus mensch und maschine die sozusagen das beste aus zwei welten vereint der prozess scheint unumkehrbar zu sein vielleicht hat comstock verwendung für so etwas zum beispiel als wachposten für den turm den er baut aha das kommt also erst noch okay verschlossen das ist alles keine große herausforderung fertig so 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 Töte die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen. Wow. Vorsicht, Fireman! Fireman? Niemand entkommt! Fürchte dich nicht vor der Fireman! Feuer rein! Feuer rein! Feuer rein! Feuer rein! Loser! Der Feigling! Fürchte die Farbe! An! Rettel um deinen Tod! Wo war'n der jetzt? Der war doch nicht der Gegner. Okay. Dann, 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 dann... den Rampen. Schmurge! Okay, das geht auch. So. Und wieder hoch. Okay. Ja, aber im Moment weiß ich nicht, wo du bist. Wahnsinn! Scheiße! Wie viel soll ich das denn schaffen? Feuertyp und so ein Handyman. Gott. Ich steile mich hier ab. Ich steile mich hier ab. Ich steile mich hier ab. Immer weiter schießen! Nein, ich möchte hier nicht hin. Ich habe echt keine Ahnung. Ich steile mich hier ab. Ich steile mich hier ab. Äh, Handyman können Skylinien unter... Ich steile mich hier ab. Ich steile mich hier ab. Ich steile mich hier ab. Oh! 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 Wir haben es geschafft! Nein! 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 Sie bringt das Kind um! Burka, wir müssen was tun! Wir müssen handeln! Wir müssen da rein! Ja, ähm... Okay. Wie ist Hebelstich denn? Ah! Okay. Geh zum Fenster und lenk Daisy an! Los! Das ist es! Das ist deine Bewegung, Daisy! Es muss sein! Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen. Nur so ist man... Mit einer Schere. Elisabeth. Liegt wohl in der Familie. Elisabeth. Woah, woah, hey, hey, sagte. Äh... Woah! Ach, Tür öffnen! Nein, nicht wegrennen! Achso, jetzt sind wir auf dem Schiff wieder. Was machst du da drin? Was machst du da drin? Okay. Setze am besten kurz nach Frankreich, ja? Sonst kriegen wir wieder ihn über Nische gezogen. Okay. Uh. Elisabeth. Äh... Sie hatten nur das. Hör zu. Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Man lernt eben, damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York? Oder Paris? Nein, 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 nein! Scheiße. Los, wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Kurs ändern. Eine Art... Gashebel oder Beschleuniger... Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung! Hilf mir suchen! Er. Elisabeth! Er. Du kannst ja auf das... Okay. Das ist es nicht. Doch, bestimmt! Nein. Nein. Okay. Warte sehr. Okay. Wir müssen sie stoppen. Nein, das ist das hier. Nein, das ist das. Das stimmt. Nein, ist das nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Wenn sie das ganze Lied spielen, kommt er wieder. Schnell, Booker, schnell. Hier. Nein, das ist das nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Pass doch auf. Aufhören. Nein. Ganz sicher. Hört auf. Ihr wisst nicht, was ihr tut. Na also. Jetzt habt ihr es geschafft. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Beides muss stimmen, damit er reagiert. Aber wenn man es ihm vorsingen kann. Bringt er einen hin, wo man hin muss. Möchtest du etwas anderes hören, Bruder? Einen Walzer vielleicht? Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist er? Ah. Natürlich. Wenigstens ist das Piano noch da. Ja, sie guckt genauso verstört, wie ich gerade auch. Schiebt. Ja, toll. Ich muss das also machen. Ja, das ist klar. Weil jetzt sind die Vox nämlich die Böse. Und bringt Chaos. Okay, und... Alles soweit voll am Sitzung. Na dann. Fertig. Halt sie ab! Feuer! Halt sie ab! Jetzt! Öffnen! Keine Zentimeter! So, mach mir! Ich kann nichts finden! Die Zeit ist gekommen! War, war, was? Pff, ich hab keine Ahnung, woher. Oh! Sie hat mich grad gerettet! Den da! Los! In Ordnung! Okay, ich bin hier hoch. Immer weiter kämpfen! Dauert noch ein wenig! Kurz und schmerzhaft! Tönen Sie alle! Munition! Hier! Super! Achtung! Danke dir! Elizabeth! Aber klar! Shit! Oh Gott, ich weg dich! Ich그 spendet! Los mach! Okay! No! Ich deetsstücke! Oh! 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 Kommt ihr hoch? Okay, wieder zwei tot. Mist. Mist. Ähm, was wollen wir da vorne? Ich finde ein Riss. Da ist er! Weiter Feuer! Aber klar! Ich steck auf! Wow, Wasserbecken. Na dann! Geht klar! Ne, Medizin ist wieder krass wichtiger. Okay. Ne, das geht sehr behalten. Das kriege ich hin. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich. Brachte mir Bücher. Er war... Mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn. Weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. Fertig! Wow, Köpfe ab. Skalp. Sieh dir das an. Okay. Das ist krass. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Ne. Ein Volkesblut ist mal in Wallung, kommt's. Beruhigt es sich nicht so schnell. Das hier klebt an unseren Händen. Ein bisschen, ja. Ach, wir müssen da anklang, okay. Dann guckt Papa natürlich wie den Anliegen erst entlang. Nein, nein. So. Was haben wir hier? Die Kräfte verbessern wir, stimmt, ja? Macht beim Angriff kurzer Zeit unverwundbar und lädt den Schild wieder auf. Ja, was bezahlen wir auf jeden Fall? Da haben wir jetzt noch 1800. 1800. Hm. Okay. Lassen wir das auf jeden Fall. Das war's, was wir tun. Kriegst du das geknackt? Eine Sekunde. Bitte. Hock. Okay. Wenn ich da oben hochkomme, halt gleich. Ich bin schon Zeit für all die Papierkampen. Ich muss kurz ohne mich gehen. Ja, kein Problem. Was haben wir hier? Äh, Nahkampfschaden. 50%iger Feinde, äh, wenn in der Nähe. Schock. Äh, 20 Minuten lang verwundbar. Ne, Moment. Fünf. Okay. Ja, nö. Nö, 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 nö. Was haben wir hier? Farbe. Okay. Ab hier rüber nochmal. Ja, etwas stärkere Schrotwente. Ah, ja. Tauschen wir einfach mal aus. Gut, dass wir nochmal reingeguckt haben. Ja, somit haben wir eine Möglichkeit. Okay, sehr. Ähm, brauchen wir nicht. Okay. Okay. Ähm, wann mach ich hier? Hat der noch Munition? Oh, der hat nur einen neuen Schuss. Psst. Okay. Ja, ach, werden wir nochmal sehen. Ich hab Geld gefunden. Bedarf? Dankeschön. Da, eine Munition. Unten. Ach, nix. Okay, das ist ein mächtiger Baderbump. Ja, das stimmt. Gegner, komm! Ja! Scheiße! Kein Verhandlung! Wir, lassen helfen! Keine Vergebung! Unsere Sonne ist gelandet! Heiz im Zorn! Durch Blut verbunden! Oh, Schwein! Ich glaub, er ist dafür! Ha! Sehr gut, der ich stehen geholt hab. Naja, das sieht doch gut aus. Er ist leer, okay. 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 Halt, hier können wir nochmal schnell plündern. Oh, können wir gucken? Oh, doch, ja. Wir können gucken, okay. Okay. Hm. Ich könnte noch... Ach so. 37 Dinge, wenn ich von denen zum Schaum... Okay. Ah, da ist noch weg. Kriegst du das auf? Das krieg ich hin. Ich weiß nicht, ob ich die Maschinengewehr schnell noch mitnehmen soll. So. Ah, ist egal. Ah, ja. Gut. Aktivieren wir mal. Wir haben ja ein Gewehr. Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenbalance? Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenbalance? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut. Ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen. Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben gehabt haben sein. Zu haben gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft. Den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt wär's seltsamer. Hm. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komm ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Ja. Ja. Komm. Komm. Komm stark aus ist davon. Ja. Bevor es jetzt weitergeht. Wir werden uns jetzt erstmal hier verabschieden. Und ja. Sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend. Es war alles Gute. Und ciao, ciao euch.